Was zum flying fuck, all right, wir haben das hier, WTF, und jetzt kommt der Überschnitt. Bro, WTF, Alter, die Schneise des Todes, Digga. Mann, das Ding ist gemacht. So, okay, Chad, ich hatte ein fucking Date, all right, es ist ja kein scheiß Geheimnis, okay, und ich dachte mir so, Bro, vorne am Billiardtisch, okay, vorne am fucking Billiardtisch stand ein fucking PC und zwei Bildschirme. Ich dachte mir so, Digga, wenn das Girl hier ist, dann will ich wahrscheinlich Billiardt spielen, okay, da kann da nicht so ein scheiß eingestoppter PC stehen. Also habe ich alles an Müll hierher gebracht, weil ich mir dachte, ob es hier noch mehr Müll ist, ist es scheißegal, und dann habe ich einfach die Scheiße hier zugemacht, okay, habe die Scheiße hier zugemacht, und bumm, fix, komplette Wohnung aufgeräumt.